Hallo und willkommen zu Patricks Vlog. Wir haben so langsam Frühling allerdings. Die sind schon ein bisschen aktiv, aber mir ist es noch ein bisschen geil. Ich glaube, wir haben so Grad ein bisschen über Null. Es ist aber extrem schönes Wetter, deswegen sitze ich hier mit einem Kaffee zum aufwärmen. Übrigens mit Milch. Soja Milch. Der Bildausschnitt ist heute wieder ein bisschen anders, weil ich auf Sachen draufzoomen, also zeigen will und es geht mit diesem quadratischen stabilisierten Ausschnitt besser und der hat auch den Vorteil, dass er eine andere Brennweite hat und auch nichts verzerrt und von daher könnt ihr auch ein bisschen was lesen. Okay, was haben wir heute vor? Wir machen heute wieder eine Zielgruppen-Analyse und zwar heute von einer anderen Romanreihe von Bastei Jerry Cotton. Nichts ist spannender. Das da ist jetzt hier im Gegensatz zu dem anderen Band ein Dreierband, von dem allerdings nur noch zwei Hefte drin sind. Also eigentlich ein recyceltes Teil aus Remittenten, aber ich habe auch schon ein bisschen geschaut und es hat halt den Vorteil, es sind halt gleich zwei Bände hintereinander. Das heißt, wir können auch hintereinander in zwei Romane reinschauen, was für eine Werbung ist da drin und können aus deren dann invers rückschließen, wie sieht es aus mit dem Verständnis der Leser, dass der Bastei Verlag für seine Zielgruppe hatte im Jahr 1976. Und damit auch schon mal die nötigen Disclaimer. Ich habe die Romane nicht gelesen, interessiert mich auch gar nicht, weil ich, das ist ja der Trick an der Sache, ich möchte die Zielgruppe des Lesers, der Romane, möchte ich abschätzen können und jetzt kommt der Trick. Nicht indem ich den Roman lese und dann versuche aus den Motiven und aus der Gestaltung des Romans abzuleiten, okay für wen war das denn jetzt eigentlich, sondern ich gehe den einfacheren Weg. Ich schaue mir an, welche Zielgruppenvorgaben hat wahrscheinlich der Anzeigenverkauf im Bastei Verlag 1970, 1976 zur Romanreihe Jerry Cotton gehabt, sodass der Anzeigenverkauf hingegangen ist und danach konkret Anzeigenkunden angesprochen hat, um sich dann die Anzeigenkunden reinzuholen und mir die dann anzuschauen, okay, was bieten die an? Weil immer wenn jemand etwas anbietet und er hofft, dass er das verkaufen kann, kann er es nur dann verkaufen, wenn bei der Zielgruppe ein entsprechender Mangel ist. Okay, das hat mir ja dem anderen, habe ich schon länger breiter erklärt. Also wenn ihr das nochmal genau wissen wollt, was ich hier gerade, warum ich das so mache, guckt euch am besten nochmal die Zielgruppenanalyse Dan Schocker an von Anno 1975. Ich habe das da schon mal verortet auf 1976, weil die Anzeigenpreisliste von 76 ist. So, also ich verspreche, heute werde ich mich nicht kaputt lachen. Das war schon sehr gehässig das letzte Mal. Das liegt unter anderem daran, dass es den Bastailroman so noch gibt. Und zum anderen, also ich mich da ein bisschen zusammennehmen muss, ja. Und ich deswegen nicht im gerechten Abscheu verharren darf und die nach außen so publizieren darf, wie ich mir das vorstelle, wie das asozial ist, sich die Zielgruppe vorzustellen. Und zum anderen, weil ich finde, dass, und das hat mich jetzt echt überrascht, deswegen mache ich das gute Video, weil wenn das hier dasselbe gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht. Und zwar war ich überrascht, dass die Zielgruppe vom Bastail Verlag bei Weitem nicht so demütigend und herabwürdigend und armselig loserhaft eingeschätzt wurde, wie der Zauberkreis Verlag das damals bei den Schotter. Schotter, ich habe es echt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich lache heute nicht. Ich mache jetzt eine seriöse Zielgruppenanalyse und ich lache mich nicht immer immer kaputt über diesen Schotter. Gut. Also, ich habe es nicht gelesen. Ich lese nur die Anzeigen. Ich habe sogar zu ein, zwei Anzeigen noch ein bisschen was recherchiert. Das ist eigentlich auch ganz spannend gewesen. Das würde ich auch einfließen lassen. So, aber und, ja, bei den Jerry Cottons, da handelt es sich ja im Gegensatz zu den Schocker-Romanen um Krimis, also Agentenkrimis. Das ist ein ganz anderer Kontext, aber es sind Groschenheftchen, die damals auch in Leihbibliotheken, im Knast und überall ausgelegen haben, was weiß ich. Und von daher eigentlich so in derselben Äquivalenzklasse Schrott rumgeistern dürften. Insofern könnte man ja eigentlich erwarten, wenn man Schrottkunden hat, dann unterscheiden die sich jetzt ja eigentlich nicht so. Und das ist nur zum Teil richtig. Also entweder hat der Bastai-Verlag eine höhere Meinung von seinen Kunden oder die Kunden vom Bastai-Verlag bei Jerry Cotton waren nicht wirklich solche Vollhunks. Oder, sagen wir es mal so, die Zielgruppe war wesentlich mainstreamiger. Und das will ich jetzt so ein bisschen aufzeigen. Okay, tada. Wir brauchen uns eigentlich nicht großartig an den Titelbildern aufhalten. Das ist so typisches Agentenzeug, so hängen gebliebene 60er, 70er. Das ist jetzt vollkommen normal. Das hat auch jetzt nichts Schlechtes auszusagen. Aber was wir hier drin finden, so an Anzeigen, also es unterscheidet sich nicht besonders viel zwischen den Schockern bei einigen Sachen, weil das sind auch teilweise dieselben Inserrenten. Aber ich werde es dann mal so ein bisschen angehen. Es ist ein bisschen schwer, das jetzt alles schon sofort zu sortieren für mich, weil da hätte ich echt ein großes Skript schreiben müssen. Weil es ist nämlich relativ vielgestaltig, aber es findet sich schon noch, und das fand ich witzig, so ein gewisser roter Faden von den Leuten. Also, was haben wir im Premium-Spot ganz links oben? Lichtorgeln direkt vom Hersteller. Ja, 3-Kanal, 1-KW, Einzelregner, vorm schönes Gehäuse. Was haben wir da? Da haben wir was für Leute mit Partykeller. Also, offensichtlich Leute, die sich treffen, gemeinsam was machen. Okay, es ist also jetzt wichtig, dass man vielleicht auch Bier trinken, bei Musik abends, im Partykeller sitzen. Okay, das sind also gesellige Leute. Wichtig. So, nebendran haben wir die Spielfilme, die ja Serien, tolle Filme. Die Anzeige kennen wir schon aus, denn Schocker mit wahrscheinlich ausgeprägten Heimatmotiven. Was natürlich eine ganz andere Zielgruppe ist, außer wir würden hier davon reden, dass hier die Spielfilme im Partykeller geschaut werden. Gemeinsam. Bei gemeinsamen Filmvorführungen. Was in den 70ern jetzt ja auch nicht ganz so abwegig ist, weil damals gab es ja eigentlich nur High 8, also Super 8 Filme. Und die Super 8 Filme wurden ja auf diese Projektoren angeschaut. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das dann tatsächlich dazu gedient hat, dann zusätzlich zu den Lichtorgeln im Partykeller kann sein. So, direkt unten drunter ist die Western-Reihe von Conical, also Cross-Marketing. Das hatten wir beim Dan Schocker ja auch. Hohes Einkommen als Privatdetektiv. Okay. Okay. Oberflächlich Zielgruppen-Konkurrent, weil wir... Also, in der Anzeigenleitung muss das dann so funktioniert haben. Ja, hallo. Detektiv-Lehr-Institut. Wir sind eine Agenten-Heft-Reihe und bei uns sind lauter Leute, die gerne Agent wären, sonst würden sie ja nicht eine Agenten-Reihe lesen, bei der ein Agent und Privatdetektiv Fälle löst und sich dort mit dieser Person identifizieren. Finden sie nicht auch, es ist eine gute Idee, Leuten, die gerne Agenten wären, eine Anzeige zu schalten, in denen sie lernen, wie man Agent und Kleindetektiv wird? Ja, okay. Das klingt auf den ersten Blick natürlich völlig logisch. Man muss sich dann aber auch überlegen, die waren natürlich nicht blöd und kannten ihre Zielgruppe schon noch irgendwie. Und dann, wenn man jetzt noch so ein bisschen weitergeht, stellt sich dann auch die Frage, ob das vielleicht so clever ist, die Zielgruppe dann zum Privatdetektiv auszubilden. Und ob die Qualifizierung als Leser eines Agenten-Romans dann letztendlich auch die, sagen wir mal, das Skillset, so das man braucht, Diskretion, Verschwiegenheit, Scharfschützigkeit, gut aussehend. Wir arbeiten dran. So, geht's weiter. Was haben wir noch? Und drunter werden Sie Schriftsteller. Wir zeigen Ihnen den Weg zu erfolgreichen Blablabla. Bekannte und beliebte Autoren bilden Sie aus und fördern Sie in einem einzigartigen Fernkurs. Unverbindlich und kostenlos. Achso, wenn das ein bisschen flackert. Ich glaube, die Kamera hat nicht so ganz klar, was jetzt hier echt und falsch schlecht ist. Ja, aber werden Sie Schriftsteller. Das ist ja nichts Neues. Irgendwie ist es witzig, dass solche Institute oder Anbieter denken, dass nur weil jemand in der Lage ist, einen Roman zu lesen, er auch tatsächlich in der Lage ist, einen Roman zu schreiben oder auch das Skillset dafür hätte, Romane zu schreiben, das Durchhaltevermögen, die Langatmigkeit, wenn es um Probleme geht, das Success- und Winning-Skillset, ja, so das, was man so halt als Autor tatsächlich braucht. Ja, oder täuschen die sich da vielleicht ein bisschen. Vor allen Dingen finde ich es sehr witzig, hier nochmal, bekannte und beliebte Autoren bilden Sie aus. Meine Frage, wenn die Autoren bekannt und beliebt sind, weil sie viel Bücher verkaufen, warum leben die nicht vom Bücher verkaufen? Das ist genauso gut, wie warum Penny nach Nebraska zurückgeht und dort anfangen will, Schauspielunterricht zu geben. Na, weil es nicht läuft. Na, warum läuft es nicht? Na, weil sie nicht so doll ist als Schauspielerin. Warum sollten also Autoren, die nicht so doll sind, als Autoren bekannt und beliebt sind, sich die Zeit nehmen von dem Geld, das sie verdienen könnten, wenn sie tatsächlich schreiben, dann als Fernstudiums Betreuer, Tutoren hier Leute durchschleifen, deren einziges Skillset es ist, einen Jerry Cotton zu kaufen und aufzuschlagen und zu lesen. Mysterien der Anzeigenvermarktung. Okay, aber, ähm, wie geht's denn weiter? Regelmäßig Geld verdienen können Sie mit Kurzgeschichten, humoresken Romanen, bla 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 bla, Verlag. Ah, ein Kombi-Angebot. Das eine ist allerdings aus Hamburg und das andere aus Mannheim. So, Herr Duttenberger, nicht böse sein, wenn ich jetzt lästere. Also das ist jetzt, das kommt. Also auf der einen Seite lernt man dann, wie man ein Autor wird und der man dann von guten Autoren gefeatured wurde, die natürlich überhaupt massiv Interesse daran haben, sich ihren Nachwuchs, also ihren Ersatz, ihre Konkurrenz anzufüttern. Danach kann man dann regelmäßig mit Kurzgeschichten, Humoresken und Romanen und Fotos und Rätseln Geld verdienen beim Herrn Duttenberger. Super Plan, ja. Also, ich hoffe, den hat es nicht gleich schon in die Insolvenz gerissen. Aber, wie geht's denn weiter? Alles über profitable Kleinunternehmen, die jedermann ohne Fachkenntnisse gründen kann, auch nebenberuflich. Oh, etwas tun, ohne dass man davon Ahnung haben muss. Hä, das ist ja spannend. Könnte man also sagen, die Zielgruppe von Jerry Cotton damals war jemand, der etwas tun möchte, ohne davon Ahnung zu haben und trotzdem Erfolg damit haben möchte. Das ist ja jetzt schon fast wieder so ein etwas Gemeinsames mit Dan Schocker. Aber jetzt mal darüber nachdenken. Wie entwickelt sich dann Erfolg? Wird man davon reich? Kann man davon gut leben? Oder braucht man vielleicht finanzielle Unterstützung? Vielleicht kann uns die nächste Anzeige da weiterhelfen, denn wir wissen ja, raumlich, örtlich verteilt sind die Anzeigen ja praktisch in diesem Magazin, als Kombi-Angebote zu verstehen. Bargeld an alle Berufstätigen, Berufs- und Zeitsoldaten, diskret und schnell, keine Vorkosten, Ablösung, laufende Verpflichtungen, Kapitalbeschaffung, kein Hausbesuch. Okay, und wenn es dann als regelmäßiger Nebenverdienst mit dem Auto nicht läuft, dann kannst du deine Schulden ja immer noch, die du angehäuft hast, entweder ohne etwas dafür zu tun mit einem profitablen Kleinunternehmen, das dann in den Bach runtergegangen ist, abfedern mit dem Bargeld und dem Kredit, den du dir dann holst. Kombi-Angebot, ne? Okay, und wenn das dann alles nicht geklappt hat, kann man immer noch nach Holland fahren und danach kommt man in den Knast. Kommt man in den Knast, hat man natürlich Knaps, Knast-Tattoos und da haben wir als nächste Anzeige natürlich auch wieder ein Kombi-Angebot. Tätowiert, chemische Selbstentfernung, DM19, Info frei. Hatten wir ja schon bei den Schockern. So, hier geht es dann weiter. Der Kästversand oder die Kästversand oder wie auch immer, vertreibt hier Schallplatten, die auch nicht mehr im Handel erhältlich sind und hier unten Briefmarken. Bei den Hobbys, also ist mir aufgefallen, hier werden teilweise tatsächlich Hobbys auch wieder angesprochen, sogar mehr als in den Schockern. Aber die Hobbys, Hobbys, die angeboten werden, die Hobby-Zubehör oder was auch immer, das ist meistens für Leute, die dem Hobby allein nachgehen. Also das ist ein Hobby, das man allein betreibt. Warum habe ich das am Anfang jetzt herausgehoben mit den Lichtorgeln? Ja, genau deswegen, weil ich habe hier gefunden, dass es sowohl diese eine Geschichte gibt, dass offensichtlich als Zielgruppe Leute mit Geselligkeit gesehen werden. Auf der anderen Seite aber auch Zielgruppe von Leuten mit Hobbys, die man alleine betreibt. So, und dann natürlich auch wieder Patrick. Wie kommst du auf die Idee, dass der Verlag Bastai die Anzeigenleitung losschickt, um Leute zu finden, die eventuell alleine daheim sitzen? Wie könnte mich da die Intuition überkommen? Allein? Einsam? Warum? Mein Partnerkatalog bringt sofort Kontakte. Haben wir ja schon was, denn Schocker? Okay, da haben wir sie wieder. Die einsamen Leute, die nichts auf die Reihe kriegen. Was denn? Naja, das Übliche. Mädchen kennenlernen. Wie man Mädchen kennenlernt. Das Buch unzähliger Methoden, Beispiele, Tipps und Regeln auf 108 Seiten. Wo man Mädchen kennenlernt. Wie man sie anspricht. Man mehr Chancen hat und anderen zuvorkommt. Wie man Mädchen ausspannend verführt. Ja, Herr Lanzen Verlag. 20 Mark und man ist dabei. Also wird auch hier offensichtlich in erster Linie eine männliche Zielgruppe bedient. Die einsam und allein ist. Und allein Hobbys nachgeht. Aber ich habe ja schon gleich gesagt, oben Premiumspot, da war die Geschichte mit den Lichtorgeln für Partykeller. Und da braucht man mehrere Leute, weil die wenigsten sitzen alleine in ihren Partykellern. Gucken sie sich dann alleine ihre Heimatfilme mit Lichtorgeln an. Das glaube ich nicht. So, äh. In dem Sinne auch gleich weiter. Bestseller Elektronikblitzer. Der Hit für ihre nächste Party. Grelle Lichtblitzer erzeugen einen Stummfilmeffekt, der durch das eckige Bewegung für Stummung auf der Tanzfläche sorgt. Tanzfläche. Partykeller, ne? Das fand ich spannend. So. Äh. Ja. Jetzt wird es wieder witzig. Es kommen zwei witzige Sachen schon gleich auf der ersten Seite. So. Ähm. Aber offensichtlich, ähm. Ist auch die Zielgruppe auch schon auf der Seite noch vertreten für diejenigen Leute, die was gewinnen wollen, ohne dafür viel zu tun oder Risiken einzugehen. Auch finanzieller Art. Weil wir haben, und im Notfall haben wir ja schon hier oben das Bargeld. Können wir dann wieder reinholen. Und zwar ein Toto-Lotto-Glück können auch Sie haben, wenn Sie nach unseren treffsicheren wöchentlichen Prognosen tippen. Wöchentliche zwölf Seiten, brandaktuelle Informationen für die Elva bla 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 Rennquintett. Schon bei vier Euro Einsatz kann Ihnen der Volltreffer gelingen. Jetzt wird es richtig gut. Aufpassen. Hier nur ein Beispiel von so vielen. Unsere Lotto-Prognose erreicht innerhalb von einem Jahr 23 sechs Richtige, 8 mal 5 Richtige und Zusatzzahl 4 mal 5 Richtige, 8 mal 4 Richtige, 8 mal 3 Richtige und nur ein einziges Mal nur zwei Richtige. Wow. Das sind ja wesentlich mehr Sechser dabei als Zweier. Abgesehen davon, die erste Frage für dich ist, wieso sind da nur zwei Richtige? Was waren das für komische Lottos? So treffsicher waren in unseren letzten Prognosen. Großgewinne sind keine Seltenheit. Okay, also hier sind offensichtlich komplette Vollidioten angesprochen, die das Prinzip Glücksspiel nicht verstanden haben. Vor allem wird hier auch suggeriert, dass natürlich kein Risiko besteht bei dem Glücksspiel. Also, okay. Ich glaube, ihr habt einen Punkt an der Stelle. Aber gehen wir jetzt nochmal auf den körperlichen, gesundheitlichen Teil ein, bevor wir nochmal auf den recht spannenden Teil kommen, zu dem ich auch recherchiert habe. Okay, die Rechercheteile mache ich zum Schluss, weil die sind eigentlich ganz spannend gewesen. So, hier, mit Schwimmkerl, sicher wie ein Fisch im Wasser. Schwimmkerl für Damen und Herren. Schwimmkerl Badeanzug, Schwimmkerl Wasserforsch, die ideale Schwimmhilfe für Kinder jeden Alters. Bitte Teilchen weiter, bla bla bla, Lieferung gegen Nachnahme, kein Bargeld beigefügen, was damals wohl offensichtlich sehr interessant noch war, das zu schicken. Fordern Sie die kostenlose Schrift sofort sicher schwimmen von Schwimmkerl Geier an. Also offensichtlich haben wir hier als Zielgruppe Menschen, die nicht schwimmen können. Wie kann man auf die Idee kommen, ein Agentenkrimi zu verkaufen und dann zur Anzeigenleitung irgendeine Direktive zu geben und zu sagen, hey, Leute, die nicht schwimmen können, das sind für uns die Zielgruppe. Leute, die nicht schwimmen können, sind natürlich wieder die Unsportlichen. Diejenigen, die nicht ins Schwimmbad gehen. 1976. Wer hat da nicht schwimmen gekonnt? Schwierig. Dafür erzählt mir jetzt der Zeitkontext. Aber gehen wir noch zu weiter. Es gibt nochmal eine schöne kleine Anzeige. Vertrauen Sie den Heilkräutern der Natur. Alters- und Abnutzungserscheinung, Entschlack und Entgiftung, Exzeme und Schuppenflechte, Konzentrations- und Gedächtnisschwäche. Geht auch wieder in Richtung ein bisschen älteres Zielpublikum. Aber an der Stelle möchte ich bemerken, keine Potenzmittel. Überraschend. Also offensichtlich nicht Generation 50 plus und Wasserlassen auch kein Problem. Überraschend. So, aber jetzt kommen wir zum ersten recht Witzigen. Hier, das hat geholfen. Auch ihre hartnähtigen Sommersprossen und Hautunreinigheiten werden durch Dr. Druckreis Drula Bleichwachs restlos beseitigt. Warum ist das witzig? Ich habe es für den Spaß mal gegoogelt. Weil bevor ich über was Schlimmes herziehe, zum Beispiel Brandlöcher in die Fresse, gucken wir mal nach, ob wir irgendjemanden anpissen, der vielleicht noch lebt. Es gibt das Drula Bleichwachs immer noch. Von 1976 bis 2018 wird immer noch Drula Bleichwachs vercheckt. Und soll ich euch was Witziges sagen? In den Rezensionen auf Amazon und was weiß ich, wo ich es gefunden habe, das scheint tatsächlich zu funktionieren. Also irre, guckt mal nach. Also Drula Bleichwachs. Witzig. So, aber der zweite Teil, aber gut, aber für wen ist das jetzt? Unsichere Leute. Leute, die mit ihrem Aussehen unsicher sind. Ansonsten müsste man die Sommersprossen und Hautunreinheiten ja nicht wegmachen. Wer ist unsicher mit seinem Äußern? Ja, witzigerweise. Ich glaube, sogar Frauen und Männer gleichzeitig. Also von daher ist das jetzt auch wieder nicht so die ganz krasse Sache auf die Männer 50 Plus Geschichte, wie man jetzt vielleicht erwartet hätte von so einem Agententeil. Eben nicht. So, und jetzt kommt was ganz Witziges. Western Gun Model 76, 318 Mark, zehnschüssiger Unterhebelrepetierer im Kaliber, 4 Millimeter, Randzünder, langgezogener Stahllaufholzschaft, 100 Patronenlieferung gegen amtlichen Altersnachweis, Rückgaberecht, Neumann Waffen, irgendwas. Warum ist das spannend? Ich habe nach den Dingern gegoogelt, weil, weswegen ich halt ein bisschen verunsichert war, was das jetzt hier soll, weil das ist ja, weil da steht ja 4 Millimeter, das ist das Luftgewehr. Das ist nicht, das ist Spaß an der Sache. Das ist kein Luftgewehr, das ist tatsächlich ein echtes Gewehr. Für 318 Mark konnte man eine Schusswaffe nur gegen Altersnachweis kaufen. Mit Kaliber 4 Millimeter. Das könnt ihr jetzt nachgoogeln und ihr könnt euch das auf YouTube anschauen. Die kann man sogar heute noch kaufen. Allerdings mit ein paar Einschränkungen und die ist eigentlich völlig Quatsch machen, das zu kaufen. Aber wenn es da zu kaufen war, stellt sich ja die nächste Frage, warum konnte man das kaufen? So, und da gibt es ein bisschen Background-Infos dazu, die ich mir gezogen habe. Das war ganz witzig. Dieses Kaliber 4 Millimeter, das war die Mäusepistole. Und bis 1972 waren die Dinger tatsächlich ab 18 frei zu kaufen. Und bevor jetzt irgendwelche Leute anfangen, die Hände über dem Kopf zu schlagen, wie kann man Schusswaffen frei verkaufen ab 18. Wie in Amerika. Not so much. Die Mündungsenergie von dem Ding ist ungefähr 7,5 Joule. Damit kann man sich wehtun, aber das ist genau dasselbe wie ein Luftgewehr. Also die Mündungsenergie ist witzig. Mit diesen 4 Millimeter geschossen ist genau das gleiche wie mit dem Luftgewehr. Das ist mit der Grenze in Deutschland auch bei 7,5 Joule. 7,5. Und der Background, den ich noch gezogen habe, ist, dass man das Ding natürlich nur bis 1972 offiziell frei kaufen konnte. Warum ist das spannend? Na, das Heft ist von 1976 mindestens. So, also, was bedeutet, dass da jemand offensichtlich so Waffen verkauft gegen den Altersnachweis und mit der aktuellen 4 Jahre späteren Rechtslage nicht so entweder vertraut war als Waffenlieferant oder es war ihm scheißegal? I don't fucking know. Aber das fand ich jetzt irgendwie spannend. Die kann man heute übrigens auch noch ab 18 kaufen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, man muss sie entsprechend lagern und dazu braucht man einen bestimmten Waffenbesitzschein und bla 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 bla. Und warum es völlig uninteressant ist, die Dinger tatsächlich zum Schießen zu benutzen, ist, weil die Munition teurer ist als 9mm und auch der letzte Hersteller die Produktion der Munition eingestellt hat, weswegen die extrem teuer ist. Aber das sind ganz normale Gewehre und Pistolen gewesen damals und die haben ganz normal geschossen, was man darunter versteht. Da waren auch richtig Metall, also kein Plastikkacke oder so irgendein Rotze. Ne, 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 die waren richtig. Nur halt 4mm. Wenn ihr euch auf YouTube anschaut, wie die Dinger schießen, was kann man mit so einem Schrott anfangen? Ah, Kaliber 4mm wurde zum Beispiel als Übungsmunition eingesetzt bei der Armee. Also zum Schießen üben, zum Zielen. Und das fand ich besonders witzig. Um die Zeit herum war es damals gar nicht unüblich, dass man in der Kneipe genauso wie Dart hinten im Hinterzimmer, bis der Kaffee und Kuchen kam, dann mit einer 4mm rumgeballert hat. Und es war damals in den 70ern, Anfangs 70ern durchaus noch üblich, sehr üblich, dass daheim eine 4mm Pistole war, eine Derringer, so eine Knarre. So, und jetzt kommt der Punkt, warum hier ein Western Gun? Weil, die Pistolen waren eher sowas für daheim, warum auch immer, keine Ahnung, Selbstschutz kann es nicht sein, weil das Ding stoppt nichts. Ein paar Mäuse, okay, ein paar Ratten vielleicht noch. Ein paar Mäuse, Ratten, Schluss. Aber, ähm, das ist ein Gewehr. Das heißt, das Ding hier ist wahrscheinlich wirklich so ein Äquivalent von einem Luftgewehr zum Schießen üben, zum draußen im Garten oder wo auch immer zum Schießen üben. Also, sportlich zu sehen. Das heißt, es muss das einordnen. Also, wenn sie jetzt hier, als hätten sie jetzt hier geschaltet für eine Devanger irgendwas, eine 4mm Pistole, dann wäre es wahrscheinlich so eine Geschichte gewesen für Leute, die Agenten spielen wollen oder für daheim zum Selbstschutz vor Mäusen oder in der Kneipe zum Spaß haben, wie bei Jul und bei Dart. Aber das da hier ist dann wahrscheinlich eher was für die Leute, die tatsächlich daheim so ein bisschen im Garten ein bisschen schießen wollten, anstatt einem Luftgewehr. Okay, den Kontext braucht man, weil ansonsten hätte man da nämlich irgendwelche Penissachen und Penisverlängerungen unterstellt und so. Und wenn man aber diesen historischen Kontext sich mal kurz angeschaut hat, kann man die Anzeige hier, dass man versucht, diese Waffe in einem Agentenmagazin zu kaufen, nochmal ganz anders deuten. Das fand ich zum Beispiel ganz spannend. So, und das waren die Werbeanzeigen jetzt hier vorne. Das Ding hat halt relativ viele Werbungen, vorne und hinten, und zum Glück sind es wirklich nur diese zwei Romane. Oh Gott. Oh, mir frieren die Finger ab. Fuck, ist das scheißkalt. Okay, letzte Seite. Auf der letzten Seite wird es dann wieder ein bisschen fragwürdiger. Schweden Mädchen suchen Partner für Bekanntschaft. Schon klar, ne? Hübsche junge Damen aus Übersee und... Ah, kennen wir ja schon aus Dan Schocker, ne? Okay. Bekanntschaften vermittelt, Prospekt. 500 Partnerinnen gratis. Also doch schon wieder ziemlich viele Single-Männer unterwegs, ne? Aber ganz hinten offensichtlich, weil in den Premium-Bereichen vorne offensichtlich, wo es teurer war, es attraktiver war, für die anderen zu schalten. Also der hintere Bereich hier wahrscheinlich. Achso, und es ist ja auch der Bereich, wo die Leute den Roman durchgelesen haben. Okay, vorne ist ja, bevor sie lesen. Ja. Und hinten ist es der Bereich, wo die Leute ankommen, die tatsächlich den Roman gelesen haben, also wirklich 100% in der Zielgruppe drin sind. Und da haben wir nochmal eine Heimorgel-Geschichte mit dem Transkribo. Das hatten wir auch aus Dan Schocker. Hier unten... Nein, 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 gleich. Ich habe versprochen, ich mache das jetzt seriös und lache nicht wieder, Patrick. So, also, Schallplatten, Singles, ne? Äh, klar, ja, wieder Musik, das ist wieder für den Partykeller unten. Super. Oder zum Alleinehören, wie auch immer. Dann gibt es hier eine elektronische Uhr. Ehrlich? Elegantes Design, immer genaue Zeit, absolut lautlos, verschleißfrei, große Leuchtanzeige, angenehmer Weckton, schlummer Automatik. Also nichts für den Partykeller, sondern für die Leute, die morgens wach werden wollen. Also offensichtlich, Leute, die einen Job haben. Verschleißfrei. Ich weiß ja nicht, welcher Verschleiß bei euren Wunderheim eintritt, aber egal. Ja, okay. Kommen wir zu den wirklich lustigen Sachen. Ich gehe es mehr oder weniger räumlich durch. Also, wir müssen zu verschiedenen Zeiten, verschieden nochmal rückgreifend lachen, ja. Okay. Da haben wir die kleine Galerie in Heidelberg, bietet Nachwuchskünstler und Nachsonntagsmalern jeden Alters die Möglichkeit auszustellen. Das fand ich jetzt putzig, ja. Dass tatsächlich eine Galerie meint, Männer, die Agentenromane mögen, sind Sonntagsmaler und wollen ihre Sachen ausstellen. Und haben eine kreative Komponente. Weil man sich ja eigentlich so eher vorstellt, dass Leser ja eher so die Eintauchenden und die Passiven sind. Aber irgendwie hat es die Anzeigenleitung geschafft, in der Galerie potenzielle Künstler anzudrehen, die unter den Lesern sein sollen. Spannend wäre es jetzt zu sehen, wie oft sie die Anzeige geschaltet haben. Dafür habe ich jetzt leider nicht genug vorrätig. Aber, äh, das fand ich jetzt putzig. Saunapeitsche, Griffschwarz, Riemen Natur, Klopfpeitsche, Griffneutral, Vollkosmetik. Was? Ich habe gegoogelt. Es gibt tatsächlich Saunapeitschen. Ah, Patrick, komm, du wirst mir doch jetzt nicht die Geschichte erzählen wollen, dass denn da Leute in der Sauna sitzen, sich gegenseitig auspeitschen. Nee, nee, das machen nicht schon alle selbst. Es gibt Saunapeitschen. Offensichtlich muss es gut sein, sich in der Sauna auszupatschen. I'm just saying, ja. Ist halt so. Also, hat nichts mit Sadomaso zu tun. I checked it. Ich war ja auf der Suche nach dem, nach dem Target-Audience. Und hab mir so gedacht, so, Saunapeitsche, komm, nee, komm, Sadomaso, nee, 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 nee. Also entweder was verkapptes Sadomaso, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht drin, weil es gibt immer noch Saunapeitschen zu kaufen und die kriegt man nicht auf Sexshops. Also, das gesagt, kommt gleich noch was, aber nicht sofort. Okay, Gratisbriefmarken in Deutschland. Und, ne, also da haben wir wieder die, ja, ja, das ist wieder so die Gratis und umsonst, aber das ist wieder so ein Hobby, wo die Leute allein sind, alleine über ihren Briefmarken, ne. Das ist also wieder eine Solo-Geschichte. Tätowiert? Na, klar doch. So, ach, Knackis haben also auch noch wieder was dabei. Aber jetzt kommen wir zu den, äh, wieder schon lustigen Geschichten. Na, Kampf total. Die besten Kampfarten der Welt in 160 Lektionen zum Selbsttraining. Daraus kann man wieder zwei Sachen ableiten. Nummer eins, ähm, zum Selbsttraining. Warum zum verfickten Scheiß geht man nicht ins Kampfsporttraining, um mit anderen Menschen zu trainieren? Warum? Gibt es jemanden, der sagt, hey, es ist doch viel besser, wenn ihr nur einmal 20 Euro ausgebt und euch danach mit Menschen nicht abgebt? Also wieder sozial Gestörte, ja, die das Gemeinschaftserlebnis von einem Training nicht abhaben können. Oder Menschen, die kein Geld haben oder kein Geld ausgeben wollen oder sich nicht jahrelang ins Training begeben wollen, um Erfolg zu haben. Und dann haben so eine Leute, die einfach 16 Euro ausgeben und dann 160, 30 Euro Nahkampf total. Der totale Nahkampf kostet nur 30 Mark. Und in 160 Lektionen kann man dann lernen, wie man sich verteidigt gegen 80 großformatige Bilder. Weil mit echter Kampferfahrung hat das dann viel zu tun, ja. Unterschwellig also auch Menschen, die offensichtlich ein bisschen geistig schwach sind. Und sehr unrealistisch Vorstellungen haben, wie das funktioniert. Nebendran, 800 Mark monatlich und mehr können sie zu Hause nebenbei verdienen. Ich würde heute sagen, als Lifecam-Model kein Problem. Aber wieder 50, 60-jährige Mensch mit Prostata-Problemen. Aber wir haben festgestellt, die haben ja alle keine Prostata-Probleme oder Potenzprobleme, das verdienen soll. Keine Ahnung. Wäre spannend zu wissen, wie man das jetzt in den 70ern gemacht hat, die 800 Mark nebenbei. Ich weiß es leider nicht. So, jetzt hier aber etwas, was total irgendwie raussticht. Moderne Ferienfahrschule, Führerschein, Autotrainer und Übungsplatz ermöglichen auch in schweren Fällen sich im Urlaub den Führerschein. Egal, Deutsch nicht ganz komplett. Aber in schweren Fällen. Also offensichtlich ist die Anzeige nicht für den generischen Menschen gedacht, der jetzt mal gerne Autofahren lernen möchte, sondern für den Menschen, der ein schwerer Fall ist. Also nicht wieder mal, der da benachteiligt oder ist er zu dumm oder was ist das Problem, weswegen er ein schwerer Fall ist beim Auto, beim Führerschein. Von der Ahnung. Also offensichtlich für Menschen, die ein bisschen, ne, also nicht die, sondern, ne. Boah. Lotto-Volltreffer kann niemand garantieren. Vier Treffer und drei Treffer fast jeden Sonntag mit kleinem Einsatz sind möglich, aber nicht garantiert. Wie? Informationen kostenlos. Also auch wieder die Leute, nix ausgeben, nix investieren, Lotto-Volltreffer, garantieren kann es niemand, aber es ist möglich. Das ist jetzt ganz spannend. Eine Taschenlampe. Also an der Stelle bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ausgestiegen, weil fast ein Kilometer weit reicht der kräftige Lichtstrahl dieser wohl einmalig starken Staplampe mit eingebautem Pannenwarenblinker. Und entbierlich für Autos und Bootsfahrer, Sporttaucher, Campingjäger, Angler, Fischer, Landwirte, Freitfinder, Wanderer, Bergsteiger, Polizei, Zolldienst und alle, die bei Dunkelheit auf gutes Licht angewiesen sind. Schwimmt auch im Wasser mit Stoßkegel nach oben. Nur Signal. Schlag- und stoßfestes Plastikgehäuse. Unzerbrechlich. Mit sechs Monozellen. Und dann schwimmt das Ding noch. Okay. So, aber ich finde jetzt hier spannend, diese Berufsliste, weil es macht doch nur Sinn, diese Berufsliste aufzuzählen, wenn die Leser innerhalb dieser Berufsliste drin sind, weil ansonsten ja keine Identifikation stattfindet. Okay. Also musste Anzeigenvertrieb hingegangen sein und gesagt haben, hey, wissen Sie was? Wir haben hier bei unserem Roman ganz viele Jäger, Camper, Angler, Fischer, Landwirte, Pfadfinder, Wanderer, Bergsteiger, Polizei und Zoll. Und die wollen alle eine Lampe. Also ich muss, also ich finde die Lampe jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, aber ich finde es nur ein bisschen seltsam. Also wie man auf die Idee kommt, dass so ein Ansätze, also entweder war der Anzeigenverkauf sehr kreativ oder er hat gar nicht so mit extrem festen Zielvorgaben für die Target Audience gearbeitet, sondern hat einfach versucht zu kriegen, was er kann. Und sehr gestreut, ne? Also insbesondere gehen wir mal zum nächsten weiter. Plastikmodellbau, das Hobby für Jung und Alt, super Auswahl, viele eigene Importe, bekannte Bausätze, bla bla bla. Intermodell. Also erstmal bin ich ein ganz großer Freund von Kampfflugzeugen des Zweiten Weltkriegsbausätzen, weil die habe ich als kleines Kind nämlich immer ganz gerne gebaut. Ja, ich habe sie nicht angemalt, das war vielleicht doch ein bisschen, außerdem habe ich sie immer verbappt. Aber das war in den 70ern wirklich ganz cool, da hat man so von Matchbox zu der Rivaldi Bausätze gehabt. Ja, also nicht schlecht im Prinzip, ja, aber das ist so ein Hobby, das man auch wieder alleine macht. Okay. So, jetzt kommt aber genau wieder das Gegenteil eigentlich. Sprechfunkempfänger, attraktives Multiband-Spezialradio, wollen Sie mehr wissen? Und das ist wieder Kommunikation. Das heißt also, hier hast du Leute, die wieder miteinander sprechen. Also das ist jetzt nicht die Geschichte mit so, wir haben jetzt hier nur als Zielgruppe allein da sitzende Verlierer ohne Hoffnung auf jemals irgendwie Kontakt und Erfolg, sondern hier wird tatsächlich etwas verkauft für Kontakt zwischen Menschen, nämlich ein Sprechfunkempfänger. Moment. Ah. Empfänger, nicht Sender. Okay, ich ziehe die Geschichte zurück. Wir reden hier über Leute, die, mein Fehler, die belauschen wollen. Was aber jetzt auch nicht ganz unverständlich ist, weil es ja ein Agentenheft ist. Das heißt, die wollen ein bisschen Agent so spielen, ja. Aber wen wollen die belauschen? Hm. Und warum muss man andere belauschen? Hat man da nichts Besseres zu tun mit seiner Zeit? Hm? Hm. Okay. Bargeld beschaffen wir für alle Zwecke, reell und streng vertraulich. Wir helfen Ihnen. Wenn jemand Hilfe braucht, hat jemand ein Problem. Also ist die Zielgruppe hier wieder Menschen mit Problemen, mit Geldproblemen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und ihre Finanzen nicht auf die Reihe kriegen. Reell und streng vertraulich. Und Menschen, die sich auch noch schämen dafür, dass sie Geldprobleme haben. Okay. So, und jetzt kommen wir zu einem, äh, ich bin überzeugt, extrem guten Produkt, weil ich habe nämlich selber noch einen, ach nee, wie witzig. Ich glaube, ich habe einen 3008er. Ich bin nochmal, doch, ich glaube, ich habe einen 3008er. Braun Sixtant, die perfekte Trockenrasur, rasiert im Nu, glatt und sanft wie nie zuvor. Werbung für Trockenrasierer. Ja, okay, männliches Zielpublikum. Ja, da steht aber nicht für Männer ohne Gehirn mit kleinem Pimmel und Wasser das Problem, sondern da steht männliche Männer mit Bartwuchs. Und über Braunprodukte brauchen wir ja nicht meckern. Die waren echt geil. Scheiße. Also, ah, ich glaube, es wird doch kein zweites Heft mehr, wenn mir ist echt zu kalt. Außerdem kriegen wir gerade wieder einen guten Drive so an die. Okay, äh, Lernen lohnt sich wieder. Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, bla bla bla, Portugiesisch, Brasilianisch, Lernen sich schnell und gründlich. In Zickerts Fernkursen. Hm, ah, interessant, dass in den 70ern offensichtlich Fremdsprachen noch so interessant waren im Gegensatz zu heute. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das so wegen Agenten und Brasilien, dieser ganze Flair des Exotischen, dass die Menschen dann sagen, okay, ja, da würden wir ganz gerne auch diese Sprachen, die wir in diesen Romanen hier, wo diese Schauplätze sind, und, äh, keinem Auftrag, Catania, von New York bis Sizilien, ja klar, italienisch, ne. Hm, Italien, könnte man auch im Urlaub fahren oder so, keine Ahnung. Also, das könnte dann schon der Grund sein. Also, das ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, weil, das ist jemand für Menschen mit einem gewissen kognitiven Bedürfnis, also Lernbedürfnis, ja. Aber, äh, kein Vertreter. Vertreter müssen irgendwie einen ganz schlechten Stand gehabt haben in den 70ern, hm? Hm, keine Ahnung. So, jetzt wird's aber gut. Auch wieder ein Kombiprodukt, weil räumlich aneinander angeordnet. Das heißt, nochmal, wenn man zwei Zielgruppen hat, die sehr, sehr nah beieinander liegen, dann legt man die Anzeigen für die beiden auch ganz genau beieinander, okay? Der 5-Minuten-Unterschied, der sie hübscher und selbstsicherer macht. Unvorderlich abstehende Ohren formen sie selbst anliegend mit dem AOBE-Verfahren. Ganz einfach, Preis komplett, 22,18, diskrete Lieferung, auch ins Ausland. Kann ich bestellen. So. Also, offensichtlich waren damals Segelohren ein riesiges Problem. Hat hässlich gemacht, unsicher. Und man schämt sich dafür. Ansonsten müsste man es ja nicht diskret liefern. Mit anderen Worten, wir haben hier eine Zielgruppe von Menschen, die mit ihrem Äußeren extreme Probleme haben, unsicher sind. Und, ich war versprochen, ich lache nicht. Aber ich gehe, okay. Wenn man eine Zielgruppe von Menschen hat, die extrem unsicher sind und die hässlich sind und die kriegen natürlich nichts zu bumsen, ist ja klar, ne? Wenn man aber genau weiß, man hat hier eine Anzeige für Leute, die nichts zu bumsen kriegen. Was für ein Kombi-Angebot könnte man denn da machen? Ich habe die Anzeigen nicht so angeordnet und ich habe sie nicht verkauft, okay? Ingrid, die aufblasbare Puppe, lebensgroß, beweglich, aufblasen. Sie haben ohne Geschönheit als Gespielin mit idealen Maßen. Warmaus, Fleischfarben im Vinyl, tausend und eine Möglichkeit. Luxusmodell 69, Vorkasse 49. Für denselben Scheiß, aber in billig. Aus Holland. Okay, hast du Segelohren. Machst sie für 22,80 weg. Und wenn das noch nicht klappt, dann hol dir eine Gummipuppe. Jo, Bastai, da habt ihr 1976 ja mal so richtig gerockt, ja? Okay, Ohrnahm. Ja, was wäre denn die Alternative, nachdem man die Ohren so ein bisschen angeklebt hat? Ich weiß nicht, was die sich da vorstellen. Wahrscheinlich, also ich kann entweder tackern die da dran mit irgendeiner Tackermethode oder sie kleben sie fest mit Kleber. Keine Ahnung, was die da vorhaben. Weil mit Schöner aus Operation wird es nicht. Aber wie verändern wir noch unseren Körper, der hässlich und beschämenswert ist? Arnold Schwarzenegger hat auch hier wieder die Antwort Muskeln. So, und über den Karatekämpfer und die Nahrungsersätze, die ohne Aufwand direkt schon nach dem ersten Einnehmen einen dicken Oberkörper und eine dicke, geile Frau auf den Oberkörper zaubern. Und Muskeln für Leute, die keine Muskeln haben. Das brauchen wir nicht durchsprechen. Das haben wir nämlich bei den Schockern schon durchgesprochen. Das heißt, da haben wir auch wieder das Zielpublikum. Menschen, denen die Muskeln fehlen. Menschen, die ohne etwas dafür zu tun, ganz dick Muskeln bekommen wollen, geile Frauen abbekommen wollen und Achtung in der Gesellschaft durch Muskeln. Hinweis, ich kann euch verraten, ich habe noch nie eine Frau gekriegt, weil ich Fitnessstudio gemacht habe. Ich habe manchmal Frauen gekriegt, weil ich sie angesprochen habe. Aber nicht, weil ich Fitnessstudio gemacht habe, muss ich mal keine Sorgen. Bei den anderen Sachen geht es halt jetzt weiter. Ich gehe noch mal ganz kurz drauf hier. Luftpolsterschuhe für Leute, die zu klein sind. Oder? Nee, für langes Gehen und Stehen. Oh, interessant. Dr. Mertens ist ja witzig. Detektivschule ist unten drunter. Wir sind eine bekannte Hamburger Detektivschule. Ja, da geht es schon weiter. Aber im Prinzip habt ihr hier dann auch wieder so ein bisschen dasselbe Bild. Ich gucke mal noch. Ah, genau, das ist geil. Das muss sein. Bei der habe ich mich gefragt, warum hier und nicht irgendwo anders? Horror. Frankenstein lebt. Horror und Entsetzen überall. Hundertfache Schockwirkung und ein Riesenspaß für jedermann. Diese seltenen und begehrten Monstermasken sind aus Qualitätsgummi gearbeitet, bedecken den ganzen Kopf und wirken täuschend echt. Warum das nicht im Den-Schocker? Ehrlich, das, das, genau das hätte ich im Den-Schocker reingeschaltet. Ja, warum nicht da? Vielleicht gibt es ja das noch, aber gut. Ja, die anderen. Ah, hier, da ist nochmal ein 4mm, nee, Kaliber 36. Okay, man verkauft auch noch Pistolen am Kaliber Punkt 36. What the fuck ever. Habe ich jetzt aber leider nicht recherchiert. Und gleich ganz zum Schluss noch ganz kurz drauf. Es gibt sie. Es gibt sie. Alle konnten nur hier lächeln. Sophia Loren. Das Goldene Blatt. Wir machen Werbung für das Goldene Blatt in Jerry Cotton. Also es gibt sie, die Frauen hinter den Lesern. Scheint aber auch geistig nicht so viel abzuhaben. Ansonsten könnte man ihnen nicht noch irgendeine Boulevard-Scheiß danach verchecken. Okay, aber ich habe es nur gesagt. Die Zielgruppenanalyse ist vollkommen unterschiedlich. Also ja, okay, es gibt Überschneidungen. Okay, okay, okay. Aber erstens ist die Geschichte ja breiter. Was danach aussieht, dass die versucht haben, was zu kriegen, aber nicht so festgefahren waren. Oder dass die Anzeigenkunden gesagt haben, ja okay, es ist vielleicht Breitenmasse, aber nicht so ein Scheiß wie jetzt irgendwie Horrormagazin. Deswegen wollen wir mit diesem Dreck nicht in Verbindung gebracht werden. Aber ich fand es witzig, dass das jetzt gar nicht so die Zielgruppe, die hier so man erahnen kann, die der Verlag da gesehen hat, um sie dann der Anzeigenleitung weiterzugeben, dass die eigentlich gar nicht so verheerend ist. Also klar, 50% Amok-Untergang-Loser. Okay, aber nur 50%, nicht 150. Wie bei Dan Schocker. Okay. Fand ich spannend. Fand ich echt spannend. Weil ich hätte ehrlich gesagt, ich habe gedacht, dass hier, das hier als Agenten-German, so eine der, eine der Schundkategorien der 70er, da wird es jetzt richtig abgehen. Genau wie mit Dan Schocker. Hm, hm. Nicht so. Also 50% würde ich sagen, ist jetzt sozial kompatibel bis halbwegs normal. Hat und vor allen Dingen gar nicht so 100% auf Frauen, äh Männer, sondern es sind auch teilweise Anzeigen dabei, wo man sagen könnte, das passt auch für Frauen. Und es gibt auch sozial verträgliche Anzeigen, wie jetzt Geschichten mit dem Partykeller. Mensch, ich war überrascht. So, aber nochmal zum klaren Disclaimer. Ich habe den Roman nicht gelesen, mir ist Jerry Cotton egal. Ich habe nichts gegen Jerry Cotton, ich habe nichts dafür, mir ist es einfach egal. Und worüber wir reden, das sind die Anzeigen von 1976. Und das hat mit 2018 natürlich erstmal nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob ich mir den Spaß machen soll, mir für ein paar Euro jetzt einen neuen Jerry Cotton zu kaufen. Oder ob ich mal irgendwo auf dem Müll einen finde. Wenn ich einen auf dem Müll finde von 2000 irgendwas, 10 plus, mache ich vielleicht mal noch einen Follow-up, wie sich die Anzeigen verändert hätten. So, aber eigentlich, gut, das war es im Wesentlichen zu dem Thema. Aber ich habe mir gedacht, wo ich jetzt schon gerade dabei bin, warum nicht weitermachen. Ich habe noch ein paar Rendarks rumliegen. Ich habe noch alte Perioden-Erstauflage aus den 70ern, 80ern, glaube ich. Ich glaube, ich habe auch noch so Dr. Zamora oder so irgendwas, irgendeinen Stapel rumliegen, die ein bisschen älter sein dürften. Ja, je nachdem, wie ich Lust und Laune habe, ich gucke mal durch. Falls sich von den Verlagen keiner übel angepisst. Aber nochmal, wie gesagt, das ist keine Kritik jetzt an euren aktuellen Geschichten, die ihr rausbringt. Ach so, ja, und der absolute Knaller, worauf ich echt Lust hätte, aber ich habe keinen Roman. Und ich weiß auch nicht, wo ich einen herkriege, aber wenn ich ihn irgendwann im Müllcontainer finde, den werde ich, da werde ich die Anzeigenkunden reviewen, weil da habe ich riesig Bock drauf, das Schlachtfest mir anzuschauen. Der Lanza. Ich hätte so Bock zu sehen, wie sieht der Verlag von Lanza sein Zielpublikum. Hätte ich so Bock drauf. Anyway, falls ich auf dem Flohmarkt einen Lanza sehe für 50 Cent oder so, ich krall mir und dann erzähle ich euch was, was man so im Lanza verchecken kann, ja. Alter, okay. So, das war es im Prinzip auch schon für heute. Mir frieren gerade echt die Finger ab, sieht man, es sind total rot, ne. Boah, scheiße, so schönes Wetter, aber immer noch so kackkalt. Ja, dann bis zum nächsten Mal mit einer neuen Ausgabe von irgendwas anderem bei Patrick's Vlog. Tschüss.